So, da sind wir wieder bei der XR Conference und unser nächster Programmpunkt, der hat die Überschrift mehr Experimentierfreude bitte. Denn Eva Wolfangel, die gleich unsere virtuelle Bühne übernehmen wird, der reicht es noch nicht, was die Medienhäuser bisher mit VR und AR gemacht haben. Da muss noch mehr gehen. Die Frage ist, was muss noch gehen? Wie Journalistinnen und Journalisten insbesondere Virtual Reality nutzen können, um neuen und idealerweise auch besseren Journalismus machen zu können? Damit hat sich Eva Wolfangel jetzt ein Jahr lang beschäftigt. Ich stelle sie euch kurz vor. Wer sie noch nicht kennt, viele von euch kennen sie wahrscheinlich schon. Eva ist Wissenschafts- und Reportagejournalistin. Sie ist preisgekrönt, war zum Beispiel schon European Science Writer of the Year. Gerade hat sie den Holzbrinkpreis für Wissenschaftsjournalismus bekommen und sie war als Knight Science Journalism Fellow jetzt ein Jahr lang am MIT und in Harvard, also an zwei amerikanischen Elite-Forschungseinrichtungen, um genau der Frage nachzugehen, die wir uns jetzt stellen. Wofür sollten Journalistinnen und Journalisten VR und AR nutzen und wofür nicht? Eva wird uns berichten, was sie herausgefunden hat und welche Konzepte sie selbst entwickelt hat. Und danach diskutieren wir noch gemeinsam darüber mit anderen tollen Kollegen. Aber jetzt erst mal Eva, the stage is yours. Hallo zusammen, schön euch nicht zu sehen, aber ich nehme an, es seht mich alles und schreit bestimmt jemand Stopp hier. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf. Die Startfolie zeigt auch schon im Prinzip mein Schlüsselerlebnis, was schon vor vier Jahren 2016 war. Und zwar hat mich im Juni 2016 meine Freundin Sana in VR umarmt und ich konnte richtig spüren, als sie mich so in den Arm genommen hat, wie ihre Hände auf meinem Rücken liegen. Ich konnte ihren Atem an meinem Hals spüren und jetzt sagt ihr wahrscheinlich, okay, die ist völlig rübergeschnappt, das kann ja gar nicht sein. Und das dachte ich auch so ein bisschen. Aber ich habe es gespürt und deswegen bin ich neugierig geworden auf diese Technologie. Ich habe also VR im Prinzip kennengelernt mit Social VR. Ich hatte natürlich vorher schon ein paar Spiele ausprobiert, ein paar Experiences, wie man so schön neudeutsch sagt. Ich bin mal auf den Mars geflogen mit einem Raumschiff und habe da einiges erkundet. Also da war mir schon klar dieses Gefühl, wir sind an einem ganz anderen Ort. Und zwar nur, indem wir eine Brille oder ein Headset aufsetzen und Kopfhörer, das fand ich beeindruckend und dachte, Wahnsinn, damit will ich mehr zu tun haben. Und dann habe ich für eine Recherche sehr viel Zeit in der sozialen, virtuellen Realität verbracht mit Sana, die auf dem Bild sehe. Die Sana ist die Lilane und ich bin der blaue Avatar. Und in dieser Recherche habe ich gemerkt, dass viele Menschen oder einige Menschen wie eben Sana zum Beispiel schon in der virtuellen Realität leben, mehr oder weniger. Also ich hatte diese Recherche angefangen und die meiste Zeit bin ich mit so einem VR-Headset auf dem Kopf. Oder nee, also genau, ich hatte ein VR-Headset. Jetzt müsste jemand meine Folie weiterschalten. Seht ihr die nächste Folie? Ja. Dankeschön. Also so sah ich von außen aus, aber von innen sah ich eben, habe ich Sana gesehen, die mich umarmt und habe diese ganze Technik auf meinem Kopf und meinen Ohren und das ganze Drumherum nicht mehr gespürt, sondern eigentlich wirklich nur ihre Arme, ihren Atem und die Nähe, die sie hatte. Ich habe mit Sana wirklich sehr, sehr viel Zeit dann verbracht. Im Rahmen der Recherche habe ich erfahren, dass sie eine strenggläubige Muslimin ist, die zudem verwitwet ist und in Kuwait City lebt und ein recht einsames Leben hat. Außer sie ist in Social VR. Da hat sie sehr viele Freunde. Und in dieser Recherche ist mir ganz viel klar geworden oder immer klarer geworden, warum wir Journalisten uns VR genauer anschauen sollten. Also warum die virtuelle Realität vielversprechend ist für den Journalismus. Die Sana hat zum Beispiel sich einen eigenen Raum aufgebaut in VR, in dem sie ein kleines Kaminfeuer hatte. Und in diesem Raum habe ich unglaublich viele Gespräche geführt mit ihr und auch mit ganz vielen anderen Leuten. Also auf dem Foto sieht man wieder Sana in lila, mich in blau. Und Ivedor, so heißt der rote Mann, also der schlechtes Tor, der aber eigentlich ein ganz arg guter Mann war, der sich wahnsinnig viele Gedanken über die Welt gemacht hat. In diesem Raum habe ich wahnsinnig viele Gespräche geführt über Themen, mit denen ich mich bislang kaum beschäftigt hatte. Ich konnte die Sana zum Beispiel unglaublich viel über ihre Religion befragen, mit ihrer Philosophie und über Glaube und Gott und Erziehung, ihr Leben in Kuwait City, die Rolle der Frau in ihrer Religion, also Dinge, über die ich zwar schon lange eine Meinung hatte, aber über die ich noch selten mit Betroffenen gesprochen habe. Und das ist ja ganz oft das Problem, wenn es um Filterblasen geht, dass wir eine Meinung uns ein Urteil bilden über andere, aber dass wir eigentlich mit diesen anderen überhaupt nicht ins Gespräch kommen. Und so hatte ich den Eindruck, dass das VR das ermöglicht, also dass wir mit Menschen zusammenkommen, die wir sonst nicht treffen würden. So ging es zumindest mir. Und dass da eine auffällig große Offenheit herrscht, über andere was zu erfahren, mit anderen zu reden und sie nicht zu verurteilen. Also auf dem Bild sieht man ein großes Treffen mit verschiedenen seltsamen Avataren, die Allspace damals hatte. Heute sehen die anders aus. Aus meiner Sicht auch nicht besser, aber das ist ja Geschmackssache. Also ich habe gemerkt, dass die virtuelle Realität Menschen zusammenführt. Das zum Beispiel ist eine Hochzeitstorte. Ich war nämlich auf einer Verlobungsfeier eingeladen von Ben & Schu und zwei Freunden aus der sozialen virtuellen Realität, die sich dort verliebt haben und dann auch verlobt haben. Und auch die hätten sich im echten Leben nie getroffen. Ich habe Menschen getroffen wie Crystal aus Las Vegas. Sie ist eine Arzthelferin, die auf dem Bild hier zusammen mit mir ist und zwei anderen Freunden. Die hat Social Anxiety, also kann im echten Leben keinen Menschen gegenüberstehen und kann im echten Leben keine Menschen treffen, weil sie Schweißausbrüche bekommt und Panikattacken bekommt. Und in Social VR hat sie wahnsinnig große Partys gefeiert, wie hier. Und auf dem Bild ist ein Campingplatz, den sie gebaut hat. Man kann ganz links an der Ecke erkennen, da ist ein Lagerfeuerplatz, wo man dann abends, wenn man müde war von der Party, am Lagerfeuer sich treffen konnte. Also auch für sie hat VR ganz neue Möglichkeiten geschaffen, sich mit anderen Menschen zu treffen, was sie vorher überhaupt nicht konnte in ihrem Leben. Und was ich auch enorm wichtigen Punkt finde für uns Journalisten, VR ist aus meiner Sicht, also zumindest Social VR, ist unmittelbar und echt. Und das klingt jetzt vielleicht nicht so intuitiv aufs Erste hinhören. Warum soll die echt sein, wenn sie eigentlich unecht ist? Aber ich habe in der Recherche gemerkt, dass es einfach eine eigene Form von Realität ist. Also genauso real wie unsere riesige Realität, nur aus anderen Materialien, nämlich immateriell. Ich habe angefangen, irgendwann zwischen materieller und virtueller Realität zu unterscheiden, aber nicht zwischen ist echt, ist unecht. Das Foto ist die Sana im echten Leben, deswegen habe ich das Foto ausgewählt. Ich habe sie also dann eines Tages besucht, auch im Rahmen von einer Recherche in Crowley City und habe auch meinen anderen Protagonisten besucht in den USA und Israel aus dieser Recherche und habe gesehen, dass die Menschen wirklich so sind, wie ich sie kennengelernt habe. Also die Hypothese von der Recherche war, ich kenne die Leute, es ist eben nicht so, dass man sich was vormacht in VR, dass Leute einem was vormachen, sondern ich habe die Leute wirklich kennengelernt und ich weiß, wie die sind. Anders als jetzt, wenn es zum Beispiel um Social Media oder vielleicht auch um Chats geht, in denen man sich viel mehr als jemand anders ausgeben kann. Aber da in VR die Stimme übertragen wird und die Kopfbewegungen und die Gestik, kriegt man sehr viel mit von einem Menschen und das macht es unmittelbar und echt. Und all das, fand ich, sind super gute Neuigkeiten für den Journalismus, weil genau das brauchen wir echt jetzt. Also wir müssen gucken, dass wir Leute aus Filterblasen rauskriegen. Wir wollen das unmittelbare Echte, wir wollen die Wahrheit, so platt das jetzt auch klingt, aber uns geht um was, was wirklich da ist, um Fakten. Und all das, fand ich, ist mir klar geworden, in diesen Begegnungen in Social VR kann man dort total gut transportieren und antreffen. Also habe ich angefangen zu recherchieren, was gibt es denn in der virtuellen Realität an Journalismus und habe auch selber was gemacht. Was ich gefunden habe, ich habe jetzt meinen eigenen Versuch, um niemand anderes zu beleidigen, was ich gefunden habe, sind Talkshows in Social VR. Da vorne ist mein Avatar. Und die Talkshows funktionieren so, Leute sitzen vorne und diskutieren und andere sitzen im Publikum und schauen zu. Und solche Sachen habe ich öfter gefunden in VR. Insgesamt habe ich wenig Journalismus gefunden, aber solche Sachen habe ich in Social VR gefunden, jenseits von passiven Experiences, die es natürlich auch gibt. Also ich war ja ein Jahr in den USA, MIT, und dort haben sie natürlich viele solche Sachen wie Erdbeben, Katrina, so Hurricane-Sachen gemacht, wo Leute das Gefühl bekommen sollten, wirklich vor Ort zu sein. Und das ist sicher auch beeindruckend und immersiv. Aber das waren eben immer passive Erlebnisse, wo man letztlich als Zuschauer oder als Audience irgendwo eintaucht, aber eigentlich nicht wirklich da ist. Man kann nicht wirklich was machen, es ist nicht interaktiv. Ganz zu schweigen von den 360-Grad-Filmen, die zwar aufs Erste hinschauen, auch beeindruckend sind, aber irgendwann merkt man, ja, ich kann mich zwar in alle Richtungen umschauen, aber hinter mir ist eigentlich wie immer nichts Besonderes. Also es gibt meistens eine Perspektive, die interessant ist und die ist eben wie vorne raus. Dazu brauche ich keinen 360 Grad. Noch dazu ist man eben als Betrachter wirklich wie so ein Geist. Also man schwebt über allem, aber man kann eigentlich nichts beeinflussen. Die Menschen sehen einen auch nicht, die man dort sieht, wo man selber so ein krasses Gefühl hat von ich bin noch dabei gewesen, ist man es aber halt nicht und bekommt es genauso deutlich serviert. Und einen ähnlichen Denkfehler habe ich ganz am Anfang gemacht mit dieser Talkshow und haben ganz viele andere Leute auch gemacht. Also diese Idee, wir nehmen, was wir schon kennen und setzen einfach noch eine Technologie drauf, nämlich virtuelle Realität. Und am Ende nutzt man aber die Vorteile gar nicht aus. So, also entschuldigt, wir waren kurz mal weg. Keiner weiß wo, wahrscheinlich in irgendwelchen virtuellen Welten. Ne, also die Technik hat uns im Stich gelassen, aber jetzt hört und seht ihr mich hoffentlich alle wieder. Ich war gerade dabei zu erklären, dass es aus meiner Sicht auch in Augmented Reality noch relativ wenig wirklich gute Projekte gibt im Journalismus. Ich habe es zum Beispiel bei der New York Times mir angeschaut, weil ich da viele Kontakte hatte im Rahmen von meinem Fellowship. Man kann hier sehen, das sind quasi drei Bildschirme auf dem Smartphone, die man durchscrollen muss, bevor man zum letzten Punkt Immersive AR VR kommt in der New York Times App. Und darin versteckt sind schon einige sehr aufwendige Projekte, die aber am Ende mir noch die Frage, wo sie mir die Frage gestellt hat, ist es was, was wir wirklich brauchen? Also zum Beispiel, hier geht es um eine Höhlenexpedition, Menschen, die in der Höhle eingeschlossen waren. Und in diesem Artikel wird quasi die gesamte Höhle, kann man verfolgen, wo die entlang gegangen sind. Und dann kann man sich das Loch, das kleine Loch, durch das die dann schließlich krabbeln mussten, ins eigene Büro holen. Das habe ich hier gemacht im Coworking Space. Und das Loch hat dann quasi die Größe, die es im echten Leben in dieser Höhle für die Menschen dort hatte. Ein anderes Erlebnis, was sie machen in ihrer Augmented Reality in ihrem Immersive Section, ist das Moon Landing. Also da kann man mit Armstrong und Buzz Aldrin auf den Mond fliegen. Und sie haben rekonstruiert, diese Landung rekonstruiert. Und man kann sich dann quasi die Geräte auf den eigenen Bürotisch holen oder ins eigene Wohnzimmer und von allen Seiten betrachten. Aber auch da das Gefühl, das ist vielleicht eine schöne Spielerei. Aber eigentlich ist das was, was wir wirklich brauchen. Also reicht es nicht, wenn man ein 3D-Modell am Bildschirm hat? Oder reicht nicht vielleicht auch einfach ein Foto von so einer Raumfähre? Diese Details sind, glaube ich, nicht so relevant für eine Geschichte. Dann habe ich ein bisschen geschaut, weil ich auch Wissenschaftsjournalistin bin, wie machen es denn die Erziehungswissenschaften, wenn es um Bildung in VR geht? Und habe in Allspace die Educators in VR gefunden, die ein Klassenzimmer nachgebaut haben. Und da war ich auch ziemlich enttäuscht, weil ich fand, das ist ja so ein Klassenzimmer, wie es im schlimmsten Fall in der Realität aussieht. Also die Tische stehen eng, dicht, in einer Reihe und alle Kinder müssen brav auf dem Stuhl sitzen und vorne steht der Lehrer und erzählt was. Und dabei wissen wir ja alle, dass Frontalunterricht eigentlich wirklich aus dem letzten Jahrhundert ist und pädagogisch überhaupt nicht wertvoll. Und gerade VR bietet ja viel bessere Möglichkeiten als Frontalunterricht. Also Frontalunterricht sollten wir auf gar keinen Fall in VR machen. Das kann man als Video machen und sich angucken. Aber in VR sollten wir interaktive Sachen machen, andere Formate. Also das war für mich nochmal so ein Zeichen dafür, dass man auf keinen Fall einfach nur bekannte Formate mit der Technologie verbinden sollte und dann glauben, das ist das, was wir rausholen können aus der Technologie. Ich habe dann eben die Idee gehabt, Social VR und Journalismus zu verbinden, aber wollte, weil ich natürlich den Fehler machen ja viele Leute, die Innovationen machen und die begeistert sind von VR, so wie ich als Technikjournalistin, wollte nicht einfach blind hin stolpern und das machen, sondern ich habe mir vorgenommen, das zu recherchieren im Rahmen von meinem Fellowship und auch Experten und Wissenschaftlerinnen zu fragen am MIT und in Harvard, wo ich ja ein Jahr lang war. So habe ich zum Beispiel den Chris Didi interviewt, der an der Harvard Graduate School of Education sich ganz viel mit VR beschäftigt und eben zurecht die Frage stellt, wenn VR die Antwort ist, was ist denn dann bitte die Frage? Also wir müssen erst rauskriegen, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Was die zum Beispiel gemacht haben und das kam mir meinen Ideen sehr entgegen. Die haben eine Schulklasse in China und eine Schulklasse in den USA über VR zusammen in einen Raum gebracht und haben dann mit denen antike Ruinen angeschaut, sind gemeinsam mit denen an einen Ort gereist, den man im echten Leben schwerlich oder gar nicht besuchen kann. Noch dazu können sich Chinesen und chinesische und US-amerikanische Schülerinnen nur schwer treffen und haben die zusammengeführt und dann gemeinsam was entdeckt und gelernt. Ich habe auch ein ganz spannendes, obwohl ich 63 Grad Videos gerade noch eher kritisch erwähnt habe, eine spannende App entdeckt, die auch von der Harvard Graduate School of Education ist, wo es um Französisch lernen geht. Die haben quasi eine 63 Grad Experience für französische Studenten gemacht. Da können die die Protagonisten aus ihrem Lehrbuch in Paris besuchen und mit denen ins Café sitzen und haben so eben das Gefühl, sitzen am Tisch und können können mit denen reden. Ich mache es ein bisschen schneller, weil der die Technik uns gerade etwas geklaut hat an Zeit. Ich habe verschiedene Projekte gesehen, wo eben antike Ruinen nachgebaut worden sind im VR, die man dann besuchen konnte und ich habe gemerkt, das wird eigentlich immer dann spannend, wenn man diese Ruinen auch begehen kann. Also wenn man nicht nur die als passives Experience anschauen kann, sondern man reingehen kann und sich dort mit anderen Menschen treffen. Im Idealfall vielleicht sogar mit Expertinnen und Experten, die einem dann erklären, wie haben denn Menschen damals gelebt, was ist die Bedeutung von dieser Ruine und so weiter. Ich habe mir auch viele kollaborative Experimente angeschaut am MIT und in Harvard. Zum Beispiel dieses, das war eine Mischung aus einem Tablet-Computer und einem VR-Spiel letztlich, wo Schülerinnen und Schüler Zusammenhänge im Körper entdecken sollten. Und zwar hat einer dieses Tablet in der Hand und ist der Arzt oder die Ärztin und der andere geht, also reist durch den Körper und versucht Spuren zu finden und die gemeinsamen Personen, sie wie so Detektive rauszukriegen, was hat denn dieser Mensch für eine Krankheit und haben verschiedene Informationen auf ihrem Tablet und in der VR. Also auch das fand ich eine spannende und schön interaktive Sache. Die hatte ihre Schwächen noch, weil sehr viel Text teilweise zu lesen war im Headset, was zäh ist, aber fand ich, geht in die richtige Richtung. Aber natürlich muss man immer auch die User fragen, also wollen, auch wenn wir das noch so toll finden, wollen die wirklich VR als Lösung? Und da gab es eine Studie von dem David Green, den ich auch am Media Lab getroffen habe und der, das ist für euch jetzt auch sehr viel Text, deswegen sage ich euch das Wichtigste, der hat viele User interviewt und denen quasi VR hätte es mir nach Hause gegeben und wollte gucken, ist das denn überhaupt ein Use Case, dass man zu Hause in seinem eigenen Wohnzimmer eine VR-Brille benutzt. Und die haben im Prinzip ihm zurückgemeldet, das ist eigentlich super interessant, wissenschaftliche Inhalte und Journalismus über VR mitzubekommen, aber es ist immer so ein bisschen ein einsames Erlebnis. Also ich in meinem Wohnzimmer setze mein Headset auf und dann bin ich getrennt von allen anderen, also ich fühle mich isoliert, ich fühle mich allein. Was ja auch wieder was ist, was für soziale, virtuelle Realität spricht, also dass wir nicht allein isoliert zu Hause sitzen wollen, wie vor einem Fernseher, sondern dass wir mit dem Headset auf, in Kontakt gehen wollen und Menschen treffen. Ein weiteres großes Potenzial habe ich dann im April kennengelernt, als ganz USA im Lockdown saß und ich war auch ein bisschen traurig, weil ich wollte eigentlich auf eine Konferenz, auf die große VR-Konferenz und die wäre diesmal in Atlanta gewesen und ich wäre jetzt richtig nah dran gewesen, aber dann wurde ja natürlich alles abgesagt. Und diese Konferenz, obwohl es die größte VR-Konferenz, hat noch nie in VR stattgefunden, aber dann zum ersten Mal und die haben Mozilla Hubs benutzt und das ist ein Bild, wo mir die Veranstalter gezeigt haben, was sie in Hubs alles können. Also da waren wir in der Akropolis und haben historische Städten besucht und schließlich war die Konferenz und da hat mich sehr beeindruckt, dass ich, ich hatte bis dahin wirklich viele Zoom-Konferenzen schon besucht und mich hat sehr beeindruckt, dass man dieses Konferenzgefühl wieder hat, dass man mit Leuten gemeinsam, zum Beispiel in dem Fall, da sieht man diese kleinen Männchen und kleinen Figuren, sieht man da stehen, dass man quasi mit den Menschen zusammen einen Vortrag anhört und mal mit seinem Nachbar, seinem Nebenmann, seiner Nebenfrau mal kurz ein bisschen flüstern kann über den Vortrag und sich ein bisschen austauschen kann. Oder noch besser, es gab Poster-Sessions in VR und da hatte ich das erste Mal seit, weiß nicht, sechs, acht Wochen lang im Lockdown ein schon war das Gefühl, wow, ich kann wieder mit den Leuten zufällig in Kontakt kommen, ich höre irgendwie, jemand steht hier und diskutiert über einen Poster, ich höre ein Stichwort, was mich interessiert, ich kann da einfach hingehen und mitreden. Und so haben sich da ganz viele auf der Konferenz ganz viele zufällige Begegnungen ergeben und viele Inspirationen. Das fehlt mir enorm auf diesen Zoom-Konferenzen und Webinaren, die wir halt bis dahin sehr viel hatten. Ja, das alles hat mich also ermutigt und ich glaube, es gibt einen Bedarf für Social VR im Journalismus. Und so habe ich mein Fellowship auch genutzt, um an der Lösung zu arbeiten. Meine Idee war, wir haben zwei Vorteile. Das eine ist, es bringt Menschen zusammen und öffnet Filterblasen. Das andere ist, in VR können wir Dinge machen, die wir überhaupt nicht im echten Leben machen können. Wir können Dinge visualisieren, die im echten Leben gar nicht, die gar nicht sichtbar sind. Zum Beispiel hier Entanglement, also Quantenverschränkung ist so, Quantenphysik ist ein Thema, wo ich schon öfter darüber geschrieben habe und jedes Mal fand, boah, ist das kompliziert und das ist echt kaum zu erklären, kaum selber vorzustellen. Und so dachte ich, das wäre eigentlich ein guter Use Case, das mal auszuprobieren als Event in Social VR. Also ich als Journalistin lade den Experten ein und wir können gemeinsam mit dem Audience Quantenphysik zusammen erkunden. Und so ist eine Kollaboration entstanden mit Tim Menke, der heißt hier Top-Timal, mit dem zusammen und dem Harvard Vis Lab. Das ist ein Foto aus dem dortigen Labor, was mich, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Also das ganze Labor ist voller verschiedener Headshots und Datenbrillen. Und da sind jede Menge Leute, die richtig Lust darauf haben, so etwas auszuprobieren. Wir haben also einen Social VR Meeting Raum gebaut zusammen, in dem wir Quantenphysik erklären können. Also wir haben verschiedene, zusammen mit dem Vis Lab, verschiedene Dinge gebaut in VR. Zum Beispiel seht ihr da hinten ein großes Quantum, was natürlich in Wirklichkeit im echten Leben nicht sichtbar wäre. Wir hatten auch Schrödingers Box, also eine Box, in der ein Atom drin ist, was Superposition hat. Also wo die beiden Elektronen an zwei, wo ein Elektron an mehreren verschiedenen Stellen gleichzeitig ist, solange die Box geschlossen ist. Also bei Schrödinger war das, falls ihr euch erinnert, ist das diese Katze. Ist die Katze lebendig oder tot? Man weiß es nicht. Man weiß erst, wenn man die Kiste öffnet. Aber wenn man sie öffnet, dann ist sie lebendig oder tot. Und vorher weiß man es einfach nicht. Und so ist es, so eine Kiste haben wir so nachgebaut in VR. Ja, das Elektron weiß nicht, an welcher Stelle es ist. Das ist eben ein Gesetz der Quantenphysik. Superposition. Und erst, wenn man die Kiste öffnet, entscheidet es sich. Und wir in VR können durch die geschlossene Kiste gucken, was natürlich sonst im echten Leben keiner kann. Und was auch dem Tim Menke, der Quantenphysiker am MIT und in Harvard, ziemlich Spaß gemacht hat, weil er seit in seinem Labor natürlich funktioniert das nie. Wir hatten letzten Donnerstag das erste öffentliche Event und wir werden davon auch noch mehr machen, wo wir das ausprobiert haben. Also Tim als Experte da. Ich als Journalistin habe ihn interviewt. Wir haben eben, Entschuldigung, das Box geöffnet. Und das Publikum, und das fand ich ganz wichtig daran, konnte ich bei allem mitmachen. Also jeder konnte auf diesen Knopf an der Kiste drücken und die damit öffnen. Jeder konnte mal Quanten verschränken, indem man die Kisten, zwei Kisten zusammengehauen hat. Und jeder konnte mit mir zusammen einmal von der Erde auf den Mars beamen, zusammen mit einem verschränkten Quantenteilchen und zurück auf die Erde, um zu sehen, ob die Verschränkung wirklich anhält. Also ob diese Information tatsächlich über solche Distanzen reisen kann. Und ob es Informationen genannt werden darf, ist das hier eine Frage. Also ob die Quantenteilchen wissen können, auch über diese riesigen Distanzen, was Physiker nämlich wissen, in welchem Zustand sie gerade sind. Und das haben wir alles in VR ausprobiert. Und wir haben sehr viel Spaß und auch das Publikum hatte sehr viel Spaß dabei, das alles mit zu erkunden. Und viele haben danach gesagt, sie hatten das Gefühl, sie haben jetzt mehr gelernt über Quantenphysik als in all den theoretischen Vorträgen, die sie bis dahin gehört hatten. Genau, von daher glaube ich, Social VR Journalism hat eine große Zukunft. Also dieses, wir treffen uns interaktiv mit dem Publikum in Social VR oder erkunden gemeinsam Dinge, zeigen auch nochmal, wie wir arbeiten. Also es wird auch nochmal transparenter zu sehen, was machen Journalisten eigentlich. Und wir werden als Personen glaubwürdig, weil wir in VR wirklich gemeinsam an einem Ort sind als Menschen. Genau, und jetzt habe ich versucht, die Zeit wieder reinzuholen. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen. Jetzt können wir... Nein, hast du nicht. Das war wunderbar. Vielen Dank, Eva. Sehr schön. Und ich mache auch gleich den Kronzeugen. Ich war nämlich dabei letzten Donnerstag bei der Social VR Quantentour und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und Tim war da kein Roboter, sondern ein Waschbär, glaube ich. Und hieß Quantum und das fand ich tatsächlich sehr nett, von ihm Quantenphysik erklärt zu kriegen. Das nur am Rande. Vielen Dank, Eva, für diesen Einblick darin, was in XR gut im Journalismus funktioniert aus deiner Sicht oder funktionieren könnte, gerade wenn man Social VR Interaktion reinbringt, was vielleicht noch ein bisschen zu passiv ist bei den Experiences, die bisher da sind. Jetzt wollen wir den Kreis erweitern und ein bisschen über deine Ideen diskutieren und was davon in der Praxis vielleicht jetzt schon machbar ist und was auch vielleicht andernorts schon gemacht wird. Und neben Eva darf ich noch weitere Gäste begrüßen. Ich hoffe, dass sie auch technisch alle da sind. Noch sehe ich sie nicht, aber bestimmt gleich. Mit einem fange ich an, da weiß ich, dass er da ist. Der steht nämlich zwei Meter von mir entfernt. Der Robin Schaumoser ist wieder bei uns dabei, dessen Talk ihr vorhin schon gehört habt. Er ist der CEO von iCandyLab. Und iCandyLab ist ein Startup, das sich auf AR-Lösungen für die Medienbranche spezialisiert hat. Schön, dass du weiterhin bei uns bist, Robin. Digital bei uns ist, hoffe ich, ich sehe ihn nicht. Ist er da? Gleich ist er da. Wir warten noch kurz. Da habe ich so schnell gesprochen, dass wir uns überholt haben. Nein, nein, alles gut, Eva. Alles gut. Du hast nicht so schnell gesprochen und du hast die technische Panne sehr gut aufgefangen. Sorry nochmal an alle. Aber das war höhere Gewalt. Ich stand daneben. Es passierte einfach. Sehr gut gelöst. Hoffentlich. Wir müssen noch Gesprächspartner auftauchen. Ja. Du, sonst stelle ich dir auch noch Fragen dazu. Keine Sorge. Und Robin hat bestimmt auch noch Anmerkungen dazu. Aber wir geben... Sind alle da? Ah, sehr gut. Ich sehe, da sehe ich den Matthias. Dann mache ich mit Matthias weiter. Matthias Leitner ist auch bei uns. Matthias ist digitaler Storyteller, Scrum Master und UX Designer. Auch er hat schon Preise gewonnen. Und er hat gerade für den Bayerischen Rundfunk seinen Arbeitgeber ein wirklich spannendes VR-Projekt umgesetzt. Hallo Matthias. Hallo. So, und jetzt fanden wir noch Malte. Ist Malte schon mit uns? Malte ist noch nicht da? Ah, da ist Malte. Sehr gut. Jetzt haben wir alle beisammen. Außerdem ist uns noch zugeschaltet Malte Baumberger. Er leitet das Web-Video-Team der Mediengruppe RTL. Das heißt, er hat sehr viel mit neuen Formaten für die redaktionelle aktuelle Berichterstattung zu tun. Und er kann uns nachher noch erzählen, was es denn mit der Augmented Reality App auf sich hat, die RTL gerade testet. Jetzt wollen wir aber zuerst über die Vorschläge von Eva sprechen. Eva, kurz ohne dich. Du darfst später auch wieder mitreden. Aber die erste Runde, da lassen wir dich mal aus. Matthias und Malte, Robin, Eva schlägt vor, beim Einsatz von XR mehr Interaktivität zu ermöglichen als bisher. Also weniger auf passive Experiences zu setzen und vor allem auch Social-VR zu nutzen. Das heißt, Menschen zusammenzubringen, Journalistinnen und Journalisten und Menschen zusammenzubringen, um Dinge gemeinsam zu ergründen. Zum Beispiel Quantenphysik, wie wir gerade gehört haben. Was haltet ihr davon? Lässt sich sowas umsetzen? Interaktivere XR-Formate und auch zum Beispiel sowas wie Social-VR, Events in Social-VR. Lässt sich sowas in den Medienhäusern, für die ihr arbeitet und mit denen ihr arbeitet, umsetzen? Oder glaubt ihr, das ist zu aufwendig oder passt nicht ganz? Fangen wir doch mal mit dir an, Matthias. Wäre das was für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Du darfst kurz deinen Eindruck schildern, aber du kannst auch allgemein ersprechen, wenn du deinen Arbeitgeber nicht beschädigen willst. Ich stimme da vollumfänglich zu. Und wir können das auch aus eigenen Nutzertests rausnehmen. Also ähnlich wie der Kollege, den du, Eva, gerade in den USA, nee, Großbritannien erwähnt hast, der eine nutzerzentrierte Umfrage gemacht hat, haben wir in unserem Test rausgefunden, auch wenn passive Experiences, die vor drei, vier Jahren wirklich umwog waren, 360-Videos, oft gut funktionieren. Wenn Interaktion dazu kommt und sei es ja noch so minimal, ist man sofort mehr involviert. Und es bleiben auch Inhalte besser hängen. Man hat dann wirklich dieses höhere Immersionsgefühl. Und noch schöner ist es natürlich, wenn es mit anderen Leuten kokreativ stattfindet. Und was ich da interessant finde jetzt für den Rahmen XR ist auch, sogar wenn es auf unterschiedlichen technischen Ebenen stattfindet, der eine in VR ist, der andere nur mit Audio zugeschalten oder einer in VR ist, der andere analog neben ihm steht, aber beide in demselben Kosmos unterwegs sind und was miteinander machen müssen, dann funktioniert das schon sehr gut. Also der Social Aspekt ist dann für mich nicht nur ein skalierter VR Aspekt, sondern kann auch in anderen Mischformen stattfinden, wie das ja oft bei den Location-Based-Anwendungen voll ist. Malte, was sagst du? Die Mediengruppe, für die du arbeitest, die hat ja immer mal wieder interaktive Elemente auch im klassischen Programm mit drin. Glaubst du, dass auch XR, Interactive, Social VR da einsetzbar wäre oder dass das eine spannende Option wäre? Also ich glaube schon, dass das einsetzbar ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Option. Wir stehen natürlich als Privatsender immer auch erstmal unter einem Refinanzierbarkeitsaspekt. Oder wir gucken da, wie sich das refinanzieren lässt. Da sind wir ein bisschen anders als die Öffentlich-Rechtlichen. Aber wenn man ein innovatives Medienhaus sein muss, muss man sich natürlich schrittweise an solche Formate heranwagen und vor allem einfach ausprobieren. Ich glaube, da sind wir genauso wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder die öffentlich-rechtlichen Medien gefragt, einfach die ersten Schritte voranzugehen. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass aktuell momentan noch die Technik zu sehr im Vordergrund steht und nicht die Inhalte. Da habe ich oft das Gefühl, dass gerade auch bei den VR-Anwendungen, das ist alles schön und gut. Das hast du, Eva, finde ich auch echt gut in dem Vortrag nochmal so nach vorne geholt, dass das natürlich schön ist, so eine Thai-Cave-Öffnung zu sehen und da auch ein bisschen dran rumzuspielen. Aber am Ende ist das immer so ein Single-Shot, wo die Leute einmal kurz draufgehen, gucken und dann ist es wieder vorbei. Und da ist nichts, wo man wirklich selber auch was von lernt und wo man selber auch interaktiv Teil von der ganzen Experience ist. Robin, wir haben vorhin von dir auch schon erfahren, wie ihr mit Medienhäusern zusammenarbeitet und auch mit anderen Kunden. Welche Rolle spielt denn da Interaktivität und auch vielleicht der Social-Aspekt? Wird das gefragt? Wird das gewünscht? Ja, absolut. Wir sehen es natürlich jetzt vor allem durch die ganze Krise, wo eben die Leute nicht mehr sich mit den Leuten, die sich eigentlich treffen, zusammentun können, um eben ein Fußballspiel anzuschauen oder um andere sehr gesellschaftlich geprägte Events einfach zu konsumieren oder zu begleiten. Und deswegen spielt das ganze Thema Social eine sehr, sehr große Rolle. Wir versuchen natürlich auch in dem Zusammenhang immer zu schauen, was ist da auch wirklich von der technologischen Seite eben möglichst breit. Also das ganze Thema mit den Mozilla Hubs zum Beispiel, also wo es wirklich um Okay, man kann sich mit egal was irgendwie einwählen, man braucht nicht unbedingt das Latest Headset. Das spielt eine sehr große Rolle. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was eben eine wiederholte Nutzung dann auch am Ende bei den Konsumenten zu Hause dann auch wirklich auslöst. Ja, trotzdem hat Malte natürlich einen guten Punkt angesprochen. Das Ganze muss sich auch refinanzieren. Und wir haben jetzt hier noch Vertreter von, ja, hier, Matthias möchte noch was sagen, bevor ich weiterfahre. Matthias. Spontan zu dem Punkt, weil ja, ich sehe es und die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich auch refinanzieren. Wir werden finanziert durch einen Beitrag und darüber haben wir auch in unserer Rechtfertigung quasi einen Refinanzierungsdruck oder eine Verantwortung für Refinanzierung. Was ich allerdings sagen will, ist, ich habe so das Gefühl, wir müssen aufpassen, dass nicht das zweite Mal das Internet mit uns passiert quasi, dass die großen Häuser sagen, ja, wir müssen da jetzt nicht rein investieren. Das ist alles nur Technik. Hypertext versteht man nicht. Das refinanziert sich nicht. Und auf einmal läuft die Technik davon. Es kommen neue Finanzierungsmethoden mit rein. Links und rechts kommen die Player hochgeschossen, die dann wirklich Business Cases aufziehen. Und wir als Altair gebrachte Medienhäuser stehen dann erst mal so ein bisschen abwartend auf dem Schlauch und sehen, wie uns die Zeit davonläuft. Und die anderen sind zehn Jahre weiter. Und so etwas Ähnliches kann man wittern in dem Feld von XR, finde ich. Malte, du wolltest noch was dazu sagen, ja. Genau. Also da würde ich auch komplett zustimmen, weil man muss sagen, dass in der Vergangenheit immer viel geredet worden ist. Und ja, das müsste man alles mal machen. Jetzt aktuell ist ja zum ersten Mal wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo man auch sagen kann, so dieser Dreiklang mit. Wir haben ein stabiles Netz, hoffentlich bald oder in den meisten Teilen von Deutschland mit 5G, dass es auch wirklich überhaupt die Daten verarbeitet werden können. Wir haben die Hardware, die immer besser wird, dass man auch wirklich die Technologien nutzen kann. Und vor allem jetzt kommen langsam die Anwendungen, dass man es auch überhaupt die Inhalte rüberbringen kann. Vorher waren natürlich auch viele Anwendungen und viele Erlebnisse noch nicht wirklich so groß oder so, sodass man da rausgegangen ist und gesagt hat, ja, davon möchte ich mehr und das möchte ich viel mehr nutzen. Und auch da finde ich nämlich, wir müssen jetzt gucken, dass man da den Zug nicht verpasst und sich langsam annähert. Also wir, klar, wir bezeichnen uns super gerne oder bezeichnen uns als innovatives Medienhaus, aber auch wir haben natürlich keine Lösung. Wir müssen da vor allem lernen und wir müssen gucken, was die User wollen, dass wir die User da verstehen und schauen, wie wir das nutzen. Da sind wir zum Beispiel komplett am Anfang und wollen da eher gucken, ja, wir müssen die neuen Generationen im Blick halten und die Sachen nutzen. Das ist dieses Internetphänomen, könnte uns da ein zweites Mal ereilen. Da hat der Matthias sehr recht. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Trotzdem, um euch jetzt mal alle in einen Topf zu werfen. Ihr arbeitet alle drei außer Eva für dann doch noch relativ finanzstarke Häuser, nämlich Fernsehsender vor allem oder Rundfunkanstalten. Jetzt, Eva, du arbeitest natürlich viel für klassische Verlage. Was glaubst du denn, beziehungsweise du hast ja auch schon mit der Redaktion vielleicht über deine Ideen und deine Projekte gesprochen. Würden die sich darauf einlassen? Sagen die, ja, auch wir wollen da rein investieren oder schrecken die zurück, weil das natürlich erstmal wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld kostet als ein Artikel? Also klar, alle wollen es gerne mal ausprobieren und alle sagen aber gleich im nächsten Satz, aber das ist wahrscheinlich wahnsinnig teuer und aufwendig. Was ich dann gerne sage, ist natürlich, also das Projekt, was wir jetzt gemacht haben, das war tatsächlich sehr aufwendig. Da hat jetzt jemand von dem Harvard-Wiz Lab echt viel Zeit verbracht, das zu programmieren und möglichst schöne Quantenteilchen für uns zu machen. Aber natürlich wird das mit der Zeit auch günstiger und ich meine, so ein Social-VR-Meeting-Space kann man auch einfach erstmal nutzen, ohne dass man die perfekte Quantenphysik da drin aufbaut. Also diese VR-Konferenz in Mozilla Hubs, also ich finde, solche Veranstaltungen könnte man natürlich auch nochmal machen, einfach um sich mit Leserinnen und Lesern von klassischen Zeitungen zu treffen und denen die Möglichkeit zu bieten. Und da merke ich auch jetzt in der Pandemie, gibt es da durchaus einen Wunsch und ein Bedürfnis auch von ganz klassischen Tageszeitungsredakteuren und Leserinnen und Lesern zusammenzukommen. Also ich glaube, man kann, also dieses Argument mit, das kostet ja alle so viel, ich finde, es zählt nur so halb, weil es nicht zu machen, das wird im Zweifel noch teurer. Weil bei den Tageszeitungen sieht man es ja schon, die Krise schlägt halt bitter zu, in den USA noch viel krasser, aber hier geht es auch los. Und wer jetzt, also wer sich nicht modernisiert, wird halt irgendwann aussterben. Und deswegen glaube ich, dass dieses Nein, das ist zu teuer am Ende, kann schon auch ganz schön teuer sein. Sehr gut, deswegen wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen Inspiration in die Runde da draußen werfen und mal über Projekte sprechen, an denen ihr gearbeitet habt. Matthias, wir fangen mit dir an. Du hast gerade beim BR die Federführung für ein VR-Projekt mit dem Titel Die Rettung gehabt. Kannst du uns kurz berichten, was es damit auf sich hat und wie aufwendig das vielleicht auch war? Es geht in dem Projekt um eine Bergrettung. Ich kann als Nutzerin der Gerettete die Gerettete sein und werde dann in der On-Location-Experience in den Rettungssack eingepackt, mit einem Seil hochgezogen und erlebe mit einer Brille auf dem Kopf im Rettungsszenario. Das nicht dokumentarisch ist, sondern eher eine emotionale Annäherung an diesen außergewöhnlichen Zustands. Und wir hatten jetzt Premiere zum Rahmen 100 Jahre Bergwacht Bayern, haben das auch mit der Bergwacht Bayern entwickelt, um dort die Fachexpertise mit reinzubringen. Wie fühlt man sich in so einer Situation? Was haben die Patientinnen denn für Zustände? Wie wird mit denen gesprochen? Wie wird mit denen gearbeitet? Und das, was das Projekt auslösen soll, ist auch eine Dankbarkeit an der Ecke bei denjenigen, die gerettet werden. Und auch neben der Dankbarkeit noch das Bewusstsein, dass es dort draußen mehr als 3000 freiwillige Rettungskräfte gibt, die tagtäglich in die Bresche springen, um mich eventuell auch aus der Steilwand rauszuziehen, wenn es mehr sein muss. Und ja, das ist mal so der grobe Rahmen von dem Projekt. Und was war jetzt der journalistische Mehrwert, sagen wir mal daran? Was konntet ihr damit vermitteln, was ihr mit einer Fernsehreportage oder einem Audio, einem Radiofeature nicht hättet liefern können? Korrigiere mich gerne, Eva, wenn ich da jetzt Sachen erzähle, die du ganz anders siehst. Aber das, was ich beispielsweise auch aus der Forschungsliteratur so mir angelesen habe und auch noch mehr erfragt habe bei Expertinnen, ist beispielsweise an der Universität Stanford, dass es eine größere empathische Zugänglichkeit zu gewissen Themen gibt, wenn ich mit einer Technologie wie VR mit einem Setting konfrontiert bin. Wir haben das beispielsweise studiert mit einem Aufbau, wo es darum ging, Menschen, die auf der Straße leben, einmal in die Rolle zu schlüpfen, um zu erfahren, wie ist es eigentlich, sozial ausgegrenzt zu sein. Und das, was danach auch feststellbar ist, ist eine höhere Zugänglichkeit zu anderen Wissensformen in der Vermittlung. Und das, was wir jetzt auch am Setting hatten, ist außenrum, um unsere Experience war ja die Ausstellung auch gebaut, zu 100 Jahre Bergwacht Bayern, wo dann auch dargestellt wurde, nochmal, wie funktioniert jetzt eine wirkliche Helikopterrettung? Wie ist denn eigentlich die Geschichte der Bergwacht, wo die bayerischen Bergwachter tatsächlich eine große Rolle gespielt haben, auch in der Entwicklung von Technik, die bis heute eingesetzt wird. Und unsere These war, wir kriegen die Leute über unser Projekt in einen emotionalen Zustand, wo sie dann auch die anderen Wissensangebote, die außenrum flankierend neben unserem Stand sind, viel, viel intensiver wahrnehmen und dann auch mehr Nachfragen, Wissen besser speichern können. Und ich glaube mal, das ist jetzt so einer der großen Nutzen, die auch die Technik haben kann. Ich glaube, für sich alleine genommen gibt es ja erstmal einen verschwindenden Effekt. Das hat auch Stanford festgestellt, dieser emotionale Zugang, die höhere Empathie verschleift sich auch wieder nach einem Monat, sechs Wochen, wenn sie nicht medienpädagogisch mit anderen Maßnahmen noch nachbegleitet wird, also wenn es keinen Anschlussdialog gibt. Deswegen wäre für mich zum Beispiel so ein Projekt immer der Anfang von einem journalistischen Vorhaben oder der Anfang auch von einem weiteren Dialog und von einem weiteren Gesprächsangebot. Super, vielen Dank. Ich kann bestätigen, es ist sehr emotional, ich habe es nämlich ausprobiert. Also auch während des Moments ist es einfach schon mal was ganz anderes. Eva, du wolltest dazu noch was anmerken. Genau, ich finde nämlich, dass mit dieser Empathie-Maschine, darum ging es ja schon lange, VR ist die Empathie-Maschine, die ist es am Anfang immer. Und damit wurde auch viel geworben, warum wir das als Journalisten das verwenden sollten. Und da, glaube ich, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil Empathie auch natürlich gefährlich sein kann. Das sieht man zum Beispiel, es gab vor ein paar Monaten, vielleicht zum Beispiel vor einem Jahr, dieses Gerücht auf Facebook, dass ein Mädchen von Flüchtlingen, glaube ich, getötet worden ist. Und am Ende kam raus, das ganze Gerücht, das war einfach nur Gerücht, das hat überhaupt nicht gestimmt. Aber das hat eine Wahnsinns-Empathiewelle mit sich gebracht von Leuten, die ausländerfeindlich sind. Und hat noch mehr Leute, die da vielleicht noch ein bisschen entfernt waren von so einem rechtsradikalen Gedankengut, auf diese rechtsradikale Schiene gebracht. Und deswegen, glaube ich, muss man mit Empathie einfach, also mit dem Argument gut aufpassen. Ich finde, es ist noch per se kein Argument, warum wir es benutzen sollten. Weil es natürlich immer auch was von Nudging hat, da von Leuten mit Emotionen auf eine Seite zu ziehen. Deswegen, glaube ich, muss man das vorsichtig und godosiert einsetzen. Und ich habe mal gesagt, wenn wir so auf Empathie setzen, ist es eigentlich mehr ein Kommentar als ein Artikel. Also dieses, ich weiß, dieses Meinung- und Fakten-Trennen ist was, was ich finde, was man auch in Frage stellen muss. Weil ich finde, es gibt immer noch diese Haltung, die dazwischen steht. Aber mit Empathie natürlich drückt man eine Meinung aus oder schiebt Menschen auch in eine Ecke. Klar, keine Frage. Bergrettung ist eine gute Sache. Das wird wahrscheinlich niemand in Frage stellen. Aber ich glaube, wir müssen uns zumindest bewusst machen, dass Empathie auch gefährlich sein kann. Sehr gut. Sorry, ich muss leider an der Stelle die Empathie-Debatte, obwohl die sehr spannend ist, Empathie fürs Richtige. Und bitte eure journalistischen Tugenden nicht vergessen. Wir wollen aber auch noch weiterziehen. Wir haben nicht so viel Zeit. Malte, ich würde gerne von euch wissen. Was es mit der Augmented Reality-App auf sich hat, die NTV gerade testet? NTV ist ein Nachrichtensender, also wirklich sehr, sehr schnell. Da sind eher die Projekte, an denen man monatelang oder jahrelang arbeitet, nicht so an der Tagesordnung. Trotzdem hat gerade NTV jetzt eine AR-App am Start, um die zu testen. Wie können wir uns die vorstellen, was kann diese App und wie läuft es? Also wir sind an zwei Projekten dran. Einmal gibt es ein Projekt, wo wir mit einer australischen Firma gucken, wie man AR-Zone in der Stadt definiert, wo sich Menschen länger aufhalten, an Bahnhöfen, Flughäfen zum Beispiel, aber auch in der Innenstadt. Und an diesen Orten gibt es dann nochmal AR-Zone, die man fotografieren kann und wo man dann die Nachrichten direkt aufs Handy bekommt. Und über die Kamera auch sehen kann. Das heißt einmal den Livestream vom normalen Fernsehen, aber auch dann zum Beispiel zu gewissen Orten extra Informationen und die Nachrichten vor allem. Also wenn man den Kölner Dom fotografiert, dann sieht man die Nachrichten, die es zum Kölner Dom gibt. Oder verschiedene andere wichtige Orte, wie zum Beispiel in Berlin der Reichstag. Das war so das eine, wo man natürlich mehr mit wirklich aktuellen Nachrichten und schnellen Nachrichten und Zeitgeschehen arbeitet. Das andere geben geht mehr. Die ist auch wirklich fertig und wird jetzt in der nächsten Woche, glaube ich, gelauncht. Da haben wir mit einer israelischen Firma zusammen den Reichstag komplett als 3D-Modell nachgebaut. Und in allen Schichten auch, wie das Gebäude aufgebaut ist. Das hieß Zentren der Macht. Das war, da ist der Reichstag das erste Modell, was wir wirklich in Angriff genommen haben. Da kann man dann von allen vier Seiten natürlich auf das Modell gucken. Und jede Seite hat eigene Extrapunkte nochmal. Also zum Beispiel bei der einen Seite ist dann die komplette Geschichte des Reichstags. An der anderen Seite gibt es dann politische Fakten und zu großen Persönlichkeiten. Es gibt Videos, es gibt 360-Grad-Videos, die damit integriert sind, dass man auch da reingehen kann und dann sich nochmal im Reichstag umgucken kann. Zum Beispiel hinter einem Adler, der groß im Plenarsaal hängt und wo man dann so als normaler Zuschauer oder Besucher nicht hinkommt. Da gibt es dann ganz viele besondere Informationen nochmal dazu. Auch natürlich ein Video über die Christoverhüllung und sowas. Dass er wirklich eher so als Informations-App oder Informationsmodell gedacht ist, wo man sich um diesen Reichstag drehen kann und die Informationen bekommt und sich informieren kann. Und den Reichstag wirklich selber im eigenen Wohnzimmer erleben kann. Gerade zu dem ersten Projekt, das du gesagt hast, glaubst du, dass lokalen Nachrichten irgendwann tatsächlich auch echte lokalen Nachrichten in dem Sinne sind, dass sie in Augmented Reality am Ort des Geschehens präsentiert werden und stattfinden? Oder glaubst du, dass, oder bleibt es im Moment eher bei so Gimmicks, dass man sozusagen, wenn man am Bahnhof steht, sich den NTV-Screen ins Handy holen kann? Also ich glaube schon, dass die natürlich erstmal auf dem Handy bleiben, ehrlich gesagt, und dass man sich die so über die NTV-App reinholt. Nichtsdestotrotz sind lokale Nachrichten oder werden immer wichtiger, wenn man überlegt, es gibt die nationalen Nachrichten, sind natürlich überall über DPA und sonst was verfügbar. Und dass man dann an den Orten selber die regionalen Nachrichten noch bekommt, das ist im Grunde der Punkt, wo ja auch die Zeitungshäuser eigentlich hier einen WUSB haben, wie die lokale Presse. Und die wir nicht vergessen dürfen, weil das auch ein großer Markt ist und auch eine große Zielgruppe. Wir haben jetzt viel über einzelne Projekte gesprochen und ihr habt ja auch selber gesagt, es wird noch viel experimentiert. Dazu habe ich eine Frage, die eher so das Vorgehen angeht. Wie stellt ihr denn sicher, dass das, was ihr da macht, auch gut ist und bei den Leuten ankommt? Also wie findet man heraus, was funktioniert und was nicht? Reine Zahlen werden es ja wahrscheinlich nicht bringen. Auch Klickzahlen sagen noch nicht unbedingt, dass was geil ist oder dass es auch beliebt ist. Also wie geht man da vor, dass man da jetzt wirklich herausfindet, was funktioniert, was funktioniert nicht, was war vielleicht eine nette Idee, die dann doch irgendwie langweilig war. Und was wollen wir noch ausbauen? Vielleicht kann da jeder, der möchte kurz was aus der eigenen Erfahrung sagen. Robin, wie stellt ihr denn fest, was hat wirklich funktioniert und was war vielleicht hübsch anzusehen, aber hat den Höhleneffekt, den Eva sagt, dass man sich das zwei Minuten anschaut und denkt, ja nice, aber war es mehr auch nicht? Ja, also da sind natürlich klar definierte Metriken extrem hilfreich. Also auch wenn es eine kleine Stichprobengröße ist, ist es durchaus repräsentativ oder aussagekräftig. Wenn wir feststellen, dass ein Nutzer zum Beispiel noch, obwohl zum Beispiel im Gespräch von kontextualisierten AR-Experiences zu bewegt wird, zum Beispiel noch über, sagen wir mal, die Werbung, die er in dem Fall, mit der er interagiert, noch eine Minute lang AR-seitig beschäftigt, dann ist es durchaus was, was einen Wert auch repräsentiert. Der ist jetzt im Moment wahrscheinlich noch nicht so groß, weil einfach auch die Reichweite noch nicht so groß ist. Ich denke, das können auch die Kollegen von den Rundfunkanstaltungen bestätigen, dass einfach viele Sachen auch noch sehr, natürlich einfach aufgrund der Marktgröße noch nicht die Zielgruppe erreichen oder das Potenzial noch nicht komplett entfalten. Wir müssen nur auch realistisch sein darüber, wo sind wir in dem ganzen Zeitstrahl. Also mit Sicherheit werden wir über solche Zahlen nicht mehr in drei, vier Jahren sprechen, wenn es üblich ist oder wenn auch Devices einfach weiter vorgedrungen sind und im Markt erhältlich sind und damit auch solche neue Formen auch einfach überall möglich sind. Also wie jetzt zum Beispiel das Location-Based-Thema. Da geht es nicht darum, nehme ich mein Handy raus, um dann am Bahnhof was zu konsumieren. Vielleicht habe ich dann einfach meine Brille auf und bin am Bahnhof und was passiert dann? Wie kann dieses Inventar quasi an der Stelle dann zur Verfügung gestellt werden und genutzt werden? Noch andere Eindrücke, wie ihr sicherstellt oder wie ihr überprüft, was funktioniert und was nicht? Matthias, vielleicht wir suchen uns, erklären wir, wie ihr dabei vorgeht. Ja, wir arbeiten nach nutzerzentrierten Prozessen. Also wir haben angefangen vor eineinhalb, zwei Jahren mit Design Thinking erstmal das Feld für uns zu bestellen. Was könnten wir denn eigentlich in dem Bereich machen? Und so ein Projekt wie die Rettung ist jetzt auch wirklich mit klassischem UX-Design eigentlich gemacht worden, das ich mir dann eben auch noch zusätzlich als Skillset irgendwie mit drauf geschafft habe, um dann auch so einen Prozess adäquat mitsteuern zu können. Und wir arbeiten qualitativ mit unseren Nutzerinnen und wenn möglich machen wir dann auch quantifizierbare Stichproben in der Evaluation von einem Projekt, um zu schauen, lohnt es denn weiter in so einem Bereich wie Location-Based, wie AR, XR zu gehen, um auch Projekte in dem Zuschnitt am Anfang mal so klein zu halten, dass sie für uns machbar sind und einen maximalen Lernerfolg bringen, um dann vielleicht auch größere Projekte mit mehr Budget und einer Skalierungsmöglichkeit dann auch in einem adäquaten Set von Team und Kompetenzen, die man sich ja auch erarbeiten muss, wenn man sie nicht teuer zukaufen will, was nicht unser Ansatz ist. Wir wollen das als Unternehmensentwicklungsprojekt auch immer wieder mitdenken. Wie können wir uns da langsam hochleveln, um dann entweder irgendwann den Endboss zu bestellen oder zu sagen, wir steigen Level 15 aus, weil es bringt uns nichts mehr. Ich habe noch eine große Frage zum Schluss. Ja, Eva, gerne noch du. Und dann habe ich noch eine große Frage, wo jeder einen Gedanken dazu beistellen kann. Aber Eva, gerne noch du erst. Was ich noch kurz ergänzen wollte, was ich gemeint habe, was wichtig ist, ist, vielen Leuten davon erzählen, die keine Technikfreaks sind. Ich glaube, in diese Falle treten wir alle gerne, dass wir halt VR so richtig cool finden oder Augmented Reality und, glaube ich, ganz schnell auch darauf reinfallen, Dinge machen zu wollen, die vielleicht für den User am Ende keinen Sinn ergeben, nur weil wir sie cool finden, weil es Spaß macht. Und das habe ich echt gemerkt, wenn ich Leute frage, die einfach weit weg sind von Technik oder jetzt hatten wir einen Videomitschnitt sozusagen zu unserem VR-Event. Da war zum Beispiel eine Kollegin drin, die in der Tageszeitung schreibt. Und von den Leuten Feedback zu bekommen, ich finde, das hilft auch viel, um einzuschätzen. Ist das was auch für die breite Öffentlichkeit? Selbst wenn sie jetzt gerade noch kein Headset haben, aber das ist was, was ich denke, das lässt sich lösen, weil die werden dann wirklich immer günstiger. Da gab es doch gerade mit den 360-Grad-Videos, fand ich eben ganz spannend, dass wir alle da die größten Argumente finden, weswegen das so super ist und man ja den User einen ganz neuen Blick eröffnet und sie selber der Regisseur sind und sie können sich links, rechts überall umgucken. Und wenn man sich dann aber mal die Heatmap anguckt, wo die Leute wirklich hingucken, ist es doch eigentlich wieder nämlich nur dieser eine Ausblick. Und da muss man sich halt dann fragen, ja, ist es jetzt, machen wir das nur der Technikwillen oder machen wir das des Inhaltswillens? Und das, finde ich, ist immer eine sehr, sehr starke Argumentation. Die Frage, die ich euch zum Schluss noch stellen würde und gerne jeder einen kurzen Gedanken dazu. Eva hat es in ihrer Präsentation schon aufgeworfen. Welches Problem lösen wir eigentlich mit VR und AR im Journalismus? Also was können wir damit machen, was wir bisher nicht machen können? Oder vielleicht auch, welches Problem für die Branche? Weil vielleicht radieren ja auch AR-Brillen alle anderen, die weiß es aus. Man weiß es nicht. Aber vielleicht für jeden von euch ein Gedanke. Welches Problem können wir mit XR im Journalismus lösen, das wir bisher nicht lösen konnten? Eva, du darfst den Anfang machen. Du hast die Frage ja mehr oder weniger vorhin schon gestellt. Also eine, was wir lösen, ist zumindest, solange wir Social-Sachen machen, wo wir Menschen treffen. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach enorm wichtig ist, auch in der Vertrauenskrise jetzt gerade, dass wir als Menschen hinter dem Journalismus, hinter den Medien sichtbar und greifbar werden. Also Journalismus muss transparent machen. Ich glaube, dafür können wir solche Technologien nutzen, indem wir uns mit unserem Audience treffen, das Teilhaben lassen, das Zeuge werden lassen, auch wie wir arbeiten. Das ist für mich gerade einer der wichtigsten Punkte, neben dem, dass wir komplexe Zusammenhänge... Ich würde mich jetzt rausflüchten mit einer kleinen Anekdote aus der konkreten Antwort zu der Frage. Ich habe meine Diskussion gesehen mit den damaligen Leitern von CERN und von MIT. Und der Herr vom MIT hat gemeint, wir haben so viele Antworten zu Fragen, die uns noch nicht einfallen. Und der Herr vom CERN hat gemeint, wir haben eine ganz klare Frage, aber wir finden die Antwort einfach nicht. Und ich glaube, genau in dem Feld arbeiten wir jetzt auch. Malte, hast du vielleicht trotzdem eine Frage oder ein Problem? Ich denke auch, es kann uns keine Lösungen geben. Es gibt einfach nur, oder es hilft uns, komplexe Zusammenhalte gut und einfach darzustellen und irgendwie neue Möglichkeiten, Inhalte zu distribuieren und den Leuten näher zu bringen. Das ist wirklich das Wichtigste für uns als Nachrichten. Super, vielen Dank. Und Robin, fällt dir noch was ein? Also ich würde auch zustimmen und sagen, es geht einfach um Informationsvermittlung. Das, was einfach ein klassisches Buch zum Beispiel nicht vermitteln kann, wie sieht die Anatomie eines Herzens aus? Und ich kann es mir aber dann in AR oder VR aufspannen, so groß ich will, und reinschlüpfen. Das sind einfach neue Medien oder neue Formate, mit denen wir einfach die Möglichkeiten einfach unbeschränkt sind. Super, vielen Dank. Also ich glaube, die Messages zum einen noch interaktiver werden als bisher und zum anderen das Ganze nicht verpennen, denn nochmal sollte uns nicht allen so etwas wie das Internet passieren. Herzlichen Dank für die Diskussion und den Vortrag. Eva, danke für eure Diskussionsvorträge Malte, Matthias und Robin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir machen in fünf Minuten weiter. Da werden wir ein bisschen juristisch. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ihr nehmt.